Einen Schalter. Oder willst du einen Repeater haben? Einen Repeater ist so ein nochmal Ding in da, ne? Richtig. Nee, ich will einen Schalter. Okay, einen Hebel also. Einen Höbel. Einen Höbel. Den baust du, indem du einfach hier so einen Stein mittig setzt. Wo? Hier am Crafting Table. So einen Redstone. Nee, einen Cubblestone. Und einen mittig. Und einen Cable Storm. Cobblestone. Ja. Und da drüber so ein Sticky. Ja. Und da ist ein Lever. Beziehungsweise ein Hebel. Ja. Und damit kannst du schalten. Ein aus. Verstehste? 1-0. Ja, jetzt kann ich da hier so Leitungen bauen, oder? Richtig. Und dann kannst du dann alles verbinden. Und dann kannst du noch Repeater nehmen zum Dingensbumsen. Und dann kannst du hier total die mächtige Schaltung bauen. Schatz. Nein. Ende 24 wird uns verarscht. Gut. Warum? Weil hier steht Liebessex und Nazis, ja. Und dann ist eine Reportage über die zweite Schlacht von El Alamein. El Alamein. Im Herbst 1942. Und das ist doch voll Jacks Quatsch dagegen. Ja, das ist nämlich in Afrika. So, was baust du denn da schönes? Ich baue ich mir jetzt den Zinten mal hier irgendwo hin. Ja, am Anfang. Den Haus Saalford da vorne ins Vor. Geht nicht. Doch, das geht wohl. Nein, das geht nicht. Du hast sogar keinen Hebel in der Hand. Wollt schon sagen. Ha. Da. Hier? Ja. Jetzt? Ja, drück mal. Siehst du jetzt die Leitung an? Und der ist aus. Alter. Voll Laser. Kann ich da irgendwelche Verbraucher quasi dranhängen? Oder geht das nicht? Du kannst ja jetzt quasi die Tür mit verbinden. Dann geht die Tür quasi mit dem Schalter auf. Die soll ich nach oben kommen. Warte, gib mal her. Nein. Hast du mal ein bisschen Redstone noch über? Ah ja. Ich hatte 30 Stück. So, ich glaub das reicht sogar schon. Genau. Siehste? Äh. Ja. Ist fast. Warte, warte. Warte. Ich glaube, ihr seid jetzt voll verstanden, wie das hier funktioniert. Du sagst, dann dauert nur noch ein Fraxen nochmal nach. Äh. Scheiße. Mach mal. Geh nicht mit der Treppe hier. Warte. Ich hab's gleich. Geh nicht mit der Tür. Funktioniert nicht. Doch. Ich schwör auf Koran. Mh. Okay. Ähm. Ne, es funktioniert nicht. So, jetzt aber. So. Hier funktioniert das nicht mit der Tür hier. Warte, irgendwie ging das. Da war irgendwie der Trickball. Das muss, glaub ich, direkt auf die Tür zu gehen, die Leitung. Ja, wie soll's das denn machen? Äh. Warte. Hier. Egal wie du dich da vorstellst. Ob so? Ja, ist ein bisschen doof. Geregelt. So, wo geht das? Ich krieg nen kackt Bett. Ach. Nein, verdammt. Gib mal hier ein bisschen her von den Dingern. Ich brauche. Mach mal da. Mach mal Schalter. Was? Schalter? Ja. Schalter, die bei mir leckt grad. So, jetzt. Ja, jetzt geht, oder? Ja. Ja. Und, ähm, hier, warte, du kannst doch hier so Fackeln bauen. Quasi, ähm, wie die normalen Kohlenfackel nimmst den Stick hier unten dran und dann packst da drüber so'n Redstone. Hm? Nimm mal ein Sticky. Hm? Und dann packst du da drauf nen Redstone. Hm? Dann hast du hier so ne Redstone Fackel. Das ist quasi, ne? Da kannst du mal haben. Kannst du irgendwann mit spielen. Dann ist das Licht, dass du ein- und ausschalten kannst. Echt? Ja. Muss ich das auch an so'n Kabel hier dran machen? Richtig, genau. Echt? Ja, mach mal. Warum mach ich das denn hier hinten? Haha. Ah, schön. Gibt's das da oben an der Wand überhaupt so? Dann musst du da jetzt was verbinden mit den Redstone, weil du es jetzt in der... Was hast du denn jetzt hingemacht? Ah! Wo? Ach da. Eine Wand. Wohin sonst? Ja, die immer ruhig bleiben. Ne, ich glaub das ist zu hoch. Das geht nur tief. Das ist glaub ich nur eben, ehrlich. Das geht nur hier. Äh... Da. Aber das ist an. Eigentlich kann man ja eigentlich ausscheiden, weiß ich jetzt gar nicht. Weil wenn uns jemand zu suchen kommt jetzt, dann kriegt der auch direkt Licht, wenn wir die Tür aufmachen. Ich... Glaube die kannst du gar nicht ausmachen. Die sind glaub ich auch nur da als zum... Hier, ne? Die sind glaub ich nur als... Als Energiequelle zu beachten. Als Stromquelle halt. Genau, so war das. Die kannst du gar nicht ein- und ausschalten, oder? Doch. Ich weiß ja jetzt grad echt nicht. Da ist die Spinne! Warte, ich rette dich am Schwert. Ich hab auch ein Schwert. Krieg! Mal gucken, was da vorne ist. Komm her. Ein Zombie. Ja, ein Zombie. Äh... Ein Baum. Jetzt Zombies jagen. Ne, ich muss erst mal einen Baum hacken. Ja, ich hab... Ne, genau, du machst Baum, ich... Ich hole eine Axt, verdammt. Ich fahrt mich schon... Mal einen Moment. Wir haben alles. Alles haben wir. Nur keine Axt. Ist echt so, oder? Wir haben alles außer ne Axt. Oder nicht? Hallo? Ja? Timo? Schatz? Timo, du bist nicht Timo. Timo, du bist nicht Timo. Timo ist nicht da. Ich frag dir mal, was da los ist. Hm. Hm. Oh, das Server funktioniert noch. Nee. Ich bin auch noch da, mein Schatz. Ja, ja, aber der Timo nicht. Ja, und? Ist das nicht schlimm? Ja doch, dann kann ich ja gar nicht mehr mit dem kommunizieren. Was hat denn? Du kannst dann mit mir kommunizieren. Okay. Okay. Ich wurde grad unterbrochen. Wie ist das denn? Die wollten mir grad anbieten, dass ich mit ihr rede. Was? Ja, und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Äh. Okay. Okay, damit die Türen funktionieren, ist auf jeden Fall schon mal. Jetzt haben wir irgendwie beide Türen verbunden. Wo warst du eigentlich? Was war da los? Hä? Ich wurde unterbrochen. Hallo? Ja. Ist der Horst reingekommen, oder was? Äh, ja. Echt? Der wollt mir verkaufen. Wollt mir verkaufen. Boah, und der Getreide wächst hier halt, der ist unglaublich. Es wächst. Nicht. Doch. Nein. Doch. Ich hab so viel hier, ne? Ich wollte immer noch ne Axt bauen. Ja, ich hab so viel Sand, ne? Und ich mach glaub ich nicht mehr so lange, ich mach ähm... Weiß nicht, wie lange sind wir jetzt eigentlich drauf? Weiß ich nicht. Ich guck noch mal auf die Uhr. Ich kann noch. Boah, zwei Stunden sind wir schon drauf. Bullshit ist doch gar nichts, das kleine Mädchen. Ja, ich muss aber... Ich bade gar nicht aus. Warum? Ja, weil ich schon spät. Muschi, komm mal klar. Nein. Weil das morgen. Freitag, ne? Ja, genau. Morgen bin ich nicht da. Wieso bist du morgen nicht da? Ja, da muss ich was tun. Was muss ich denn tun? Äh... An einem geheimen Projekt mitwirken. Ist das geheim? Ja, ist geheim. Darf ich da auch mitwirken? Nee. Warum nicht? Äh... Ja. Äh... Wann kann ich ja noch weise Lasagne essen? Das ist ne gute Idee. Echt? Ja, ja. Ja, wo war ich... Aber bevor wir jetzt erstmal Schluss machen, ähm... Geh ich noch ein paar... Was? Hallo? Ja. Nein, das andere. Okay. Weib? Ja. Hä? Achso, das leckt bestimmt wieder. Ich glaub auch. Was denn? Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Weil das hier erst mal 10 Stunden angekommen ist oder so scheinbar. Du weißt nicht dann... Du hast uns ja verstanden! Ja und! Lass mich doch! Warum?! Nicht mehr. Was? Willst du mich nicht mehr mehr? Ich versteh dich nicht. Du bist nicht mehr wild. Ob du's mehr willst. Bitte? Du machst dich über mich lustig. Ich hör nicht. Ob du mich nicht mehr willst. Warum? Wie kommst du noch so krass? Ich hör dich aber sehr gut. Ja, ich hab ja auch keine Dorf mehr. Du sagst, du machst dich über mich lustig. Mach ich gar nicht. Mach mich über Timor lustig. Ey. Du kannst gar nicht. Chill mal. Boah. Und es wird schon wieder dunkel. Ich pack's ja nicht. Ja, deswegen komm ich jetzt auch nach Hause und bring dir ganz viel Sand mit. Weil ich war jetzt mit der Eisenschaufel unterwegs. Mit der guten Eisenschaufel. Kannst du auch nicht machen, ey. Ich hab die ganz kaputt gewichst. Echt? Ja. Das ist gut, ey. Jetzt mach ich in meinen Kühlschrank. Voll. Okay. Ich komm mal nicht rein. Moment. Lasst die Tür bitte stehen. Niemals. Nie auf gar keinen Fall. Äh. So. Einmal hier und einmal dort. So. Jetzt haben wir auch ein schönes Sch... WTF. Fucker. Schöne Henkel draußen. Ich konnte jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen... Nein. Nicht Bett. Ich... 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 Ja. Boah, da hätt ich jetzt Bock drauf, ey, so'n schön'n Mettigel, aah. Ja. Sorgi. Ich hab hier übrigens grad'n Snowball gefunden. Ja? Zeig' mal. Näh. Meiner. Ich hab' voll... 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 Ist hier jetzt eingesammelte Spasti? Ne. Wissen die? Weiß' ich'n nicht. Die Eisenhacke. Kotz die aus. Das ist das ist... Ach, hier ist die Eisenhacke, genau. Ist das Hacke, oder was? Ja, da ist Hacke. Dekoriere ich mal'n bisschen die. Äh... Schön, schön. W-w-w, w-w-was, w-w-w hallo? Nein, verdammt sag ich...